In den heutigen News haben wir exklusiv für euch eine Video-Preview. Wir zeigen euch, wem Thomas Weinberg am Wochenende einen Springlehrgang gibt und unser Gewinnspielverfahren hat sich geändert. Also nun einschalten, die News in voller Länge ansehen über Facebook oben in dem Post und über YouTube über die Anmerkungen oder dem Link in der Infobox folgen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Spaß mit den News.